Gerhard Walter Rehberg ist ein deutscher Politiker und Fußballfunktionär. Zwischen 1952 und 1954 erhielt Rehberg eine Ausbildung als Berglehrling. Nach seiner bergmännischen Berufsentwicklung über den Lehrhauer zum Hauer qualifizierte er sich 1966 an der Bergschule Essen zum Steiger. Als solcher war er auf der Zeche West erholt bis 1992 tätig. Rehberg gehörte von 1975 bis 2004 als Mitglied der SPD-Fraktion dem Stadtrat in Gelsenkirchen an und war zuletzt Vorsitzender des Sports- sowie des Liegenschaftsausschusses. Von 1979 bis 2004 war er ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Gelsenkirchen und in dieser Funktion erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Bei der Leitung der Ratssitzungen und bei der Repräsentation. Anlässlich der Viertelfinalauslosung der Champions League 2012 Dreizehntel in der Schalke 04 auf den amtierenden türkischen Meister Galatasaray Istanbul-Traf wurde bekannt, dass Rehberg neben seiner Ehrenpräsidentschaft bei Schalke auch eine Vereinsmitgliedschaft bei Galatasaray besitzt. Er selbst sagte dabei, dass Galatasaray eines der zwei Teams sei, als deren von er sich selbst sieht. Die Mitgliedschaft erhielt er aufgrund einer engen Freundschaft, die er mit dem verstorbenen Galatasaray-Präsidenten Nösan Kanaiden hatte. Während der Präsidentschaft von Kanaiden erhielt Rehberg die Vereinsmitgliedschaft. Ihm wurde das Bundesverdienstkreuz sowie das Verdienstkreuz erste Klasse verliehen. Rehberg ist verheiratet und hat einen Sohn.